Wie ist die Kirschjagd in den Karpaten? Das Schöne an dem Kopfhörer ist, er deckt wirklich großflächig das eigene Gehör ab und schaltet nach zwei Stunden automatisch ab. Natürlich regelt er auch ab, wenn ein Schussknall oder ein ähnlich lautes Geräusch entsteht. Die Bedienung ist recht einfach, ich habe hier an der Seite einen Plus-Minus-Knopf und über den Ausschalter komme ich jeweils ins Menü. Ich habe hier eine Art Equalizer verbaut, das heißt ich kann die Tonqualität verändern, ich kann die Balance regeln. Und schafft es wirklich, zum Beispiel auch weit entfernte Hirsche, die man mit dem Kameramann, der hat sie gar nicht gehört, wir konnten sie schon deutlich hören, obwohl sie noch extrem weit weg waren. Nachher brauchen wir das Ding natürlich nicht mehr, weil wir waren sehr dicht dran und da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn die Hirsche dann loslegen. Zum Lieferumfang des Tactical XP gehören zwei AA-Batterien, welche sich auch einfach wechseln lassen. Dazu gibt es hier eine kleine Schraube, die gelöst werden muss. Man kann das mit einem Geldstück machen, aber auch so kriegen wir das glaube ich hin. Man sieht, das Ganze ist also einfach zu wechseln. Wir haben hier zwei AA-Batterien, sodass mit handelsüblichen Batterien sofort wieder der Kopfhörer startgleist. Wir haben hier oben am Bügel ein Kunstleder vernäht, sodass sich wirklich der Kopfhörer angenehm tragen lässt. Zum Transport, man kann ihn einfach so ein bisschen zusammendrücken und so passt er in eine große Beintasche oder natürlich auch leicht in den Rucksack. Der Peltor bietet auch die Möglichkeit eines Audioeingangs, der hier unten verbaut ist, sodass sich zum Beispiel Funkgerät oder andere Audiogeräte hier anschließen kann. Wir wünschen Ihnen bei der Pirsch viel Weidmannsheil. Achtet Sie auf sich und Ihre Ohren. Das Team Wins. Wir wünschen Ihnen bei der Pirsch viel Weidmannsheil.